Viele Menschen, auch Christen, haben mit einem Feind in ihrem Leben immer wieder zu kämpfen. Und das ist der Feind der Angst. Der Angst, die in den Gedanken und in den Gefühlen anscheinend herrscht und der wie eine Flut kommt und sie in ihrem Alltag immer wieder angreift. Und sie wissen nicht richtig, wie schaffe ich es, aus dieser Angst herauszukommen, wie schaffe ich es, diesen Riesen in meinem Leben zu besiegen. Oft regiert in den Gedanken dieses Bewusstsein, gestern war der Horror, heute wird es ganz schlimm und morgen kommt es noch viel schlimmer. Das ist die Angst, die diese Gedanken immer wieder in uns hineinflüstert, hineinspricht. Der Glaube aber sagt, Gott war gestern bei mir, er wird heute bei mir sein und er wird morgen mit mir gehen durch alle Situationen meines Lebens. Der Glaube streckt sich nach Gott aus und der Glaube überwindet die Angst. Wir haben ganz neu in unserem Shop ein Buch aufgenommen, das heißt Von der Angst zum Glauben. Das ist ein sehr ermutigendes Buch, das dir ein Wegweiser sein kann, wie du in diesem Thema Angst weiterkommst, wie du sie überwinden lernst. Der Autor berichtet unter ganz vielen eigenen Erlebnissen, wie er mit diesem Riesenangst in seinem Leben umgegangen ist, wie er gekämpft hat und wie er gesiegt hat durch den Glauben an einen mächtigen Gott. Wir möchten dir dieses Buch, wenn du in diesem Thema wirklich wachsen willst, überwinden willst, weiterkommen willst, möchten wir dir dieses Buch sehr empfehlen. Du findest es auf unserem Shop und wir erwarten, dass Gott in deinem Leben in diesem Bereich einfach etwas tut und Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!